Genau, Startampel geht aus, der Start sehr gut von Frederic Westy vom zweiten Startplatz. Probleme dagegen von Platz 1 für Victor Martins, der wird ausbeschleunigt, auch von Pourscher, rauf Richtung Niquelauder-Kurve. Westy übernimmt die Führung, Pourscher, wenn ich es richtig erkenne, auf Platz 2 und von Martins von der Bühne sich zurückgefallen auf Rand 3. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Sieger von gestern auf Platz 15 zurückgefallen, da gab es also schon wieder einiges an K-Haus in Kurve 1 und in Kurve 3. Und nebeneinander zu zweit durch die Doppel, links kann nicht wirklich ganz funktionieren, da geht einer raus über die Randsteine und zu zweit der Anflug kommt raus, Victor Jochen.